Dich mach ich alle! So kommst du mir nicht davon! Aber Dr. Boone, so was, das sieht ja aus, als wenn man am Portieren das Messer abgerutscht! Na! Schlecht, dieser kleine Mummenschanz! Ja! Ha 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 ha! Saiyajins fresse ich ohnehin am liebsten! Die drei, die ich schon intus habe, waren richtig kleine, knackige Energieriegel! Aber du wirst das Sahnehäubchen! Oh ja, ich kann es wirklich kaum noch erwarten! Nach dir gönne ich mir vielleicht ein Mittagsschläfchen! Wir haben nicht einfach nur unsere Kräfte erhöht, wir haben sie vielmehr um ein tausendfaches gesteigert, du armer Ever!